Okay, wow. Hallo, herzlich willkommen zu einem Auswandertagebuch. Es ist heute, ich glaube, der 18. November 2021. Und wir wandern im Januar 2022 aus. Also wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und dieses Video dient einfach als, erst mal, Inspiration für alle, die auch auswandern möchten aus Deutschland. Denen die Situation ja auf den Geist geht, die nicht alles mit sich machen lassen möchten. Und natürlich auch für uns als Erinnerung. Also wir, dieses Video werde ich immer anschalten, die Kamera, wenn sich was Wichtiges für das Auswandern ereignet. Gestern hat sich einiges ereignet und ich wollte halt jetzt meinen Tagebucheintrag machen. Genau, also wir waren gestern beim Einwohner Meldeamt, haben nochmal Pässe beantragt. Vielleicht für alle, die neu auf diesem Kanal sind. Wir sind eine Patchwork-Familie, bestehend aus mir, Mama Michaela. Ich habe ein unheimliches Mitteilungsbedürfnis, deswegen führe ich diesen YouTube-Kanal. Oder habe damit angefangen vor Jahren. Und hier gibt es Daily Vlogs zu sehen. Also eigentlich gibt es hier jeden Tag ein Video aus unserem Alltag. Und dann gibt es Papa Bernd. Mit Bernd haben wir geheiratet. Vor ein paar Jahren haben eine gemeinsame Tochter Lidia, diese spielt im Hintergrund. Und Calvino, den habe ich mit in die Beziehung gebracht. Der ist aus erster Ehe, Calvino. Und der ist jetzt elf Jahre. Und wir möchten, wie gesagt, gerne Deutschland verlassen. Auf meinem Kanal gibt es ganz viele Auswanderungsstaffeln. Wir haben ein Haus in Ungarn gekauft, das wird zurzeit saniert. Also ihr könnt gerne die Playlists mal gucken. Ich habe die alle sortiert, die Videos für alle, die uns noch nicht kennen. Und die das interessiert. Wir hatten uns dieses Haus in Ungarn gekauft, ursprünglich, Bernd und ich, weil wir, wenn wir alt sind, unseren Ruhestand dort verbringen möchten. Deswegen haben wir uns auch gar nicht so Gedanken darüber gemacht, was das für Kinder für Sachen gibt in Ungarn. Und ob wir damit übereinstimmen, also wie die Schulpflicht ist und ob es da eine Impfpflicht gibt oder was auch immer. Das hat uns gar nicht interessiert, weil ja ursprünglich haben wir, Livia war zwar geplant, aber ich bin jahrelang nicht schwanger geworden. Deswegen haben wir gar nicht mehr mit ihr gerechnet. Aber die Freude war natürlich umso größer, als sie dann kam. Aber das sind halt alles so Hürden, die uns dann in den letzten Jahren und die aktuelle Situation natürlich auch, die weltweit herrscht, die uns so, ja, was machen wir denn jetzt? Nach Ungarn können wir nicht. Wir wollen aus Deutschland unbedingt jetzt schon raus. Wir wollen nicht warten, bis wir alt sind. Also kommen die Kinder mit. Was machen wir? Ich rede voll. Ich bin total aufgeregt. Sorry, ich wollte euch eigentlich vom Einwohnermeldeamt erzählen und dieses Video kurz halten. Jetzt fasse ich schon wieder alles zusammen. Ach, es tut mir leid. Also, ja, deswegen werden wir nicht wirklich nach Ungarn auswandern, sondern wir werden dort unser Haus fertig machen und alle unsere Sachen dort unterbringen. Aber werden uns da nicht niederlassen. Wir werden hauptsächlich reisen und gucken, wo es uns gefällt und da bleiben wir dann und wenn es uns irgendwo nicht mehr gefällt, dann reisen wir weiter. Das können wir zum Glück machen, da wir uns mit dem Hosenboden hingesetzt haben in den letzten Monaten und dafür gearbeitet haben, dass wir online arbeiten können und davon leben können. Also, das kann wirklich jeder machen. Das ist kein Glück oder so. Wenn euch das interessiert, dann informiert euch da. Jeder kann ortsunabhängig arbeiten. Da muss man sich halt nur informieren, was man machen kann und dann halt wirklich dafür arbeiten und kämpfen. Wir haben das separat gemacht. Hier in Deutschland haben wir noch einen Einzelhandel für E-Zigaretten. Ich hatte ein Nagelstudio. Ich war schwanger. Ich mache YouTube. Wir haben ein Kochbuch geschrieben. Also, wir haben so viele Sachen am Laufen. Wir haben nächtelang gearbeitet und gekämpft, hart gearbeitet dafür, viel Zeit investiert und jetzt im Januar ist es endlich soweit. Genau, also, das ist wirklich kein Hexenwerk. Das kann jeder. Das ist halt nur wirklich Arbeit und man muss es machen. Man muss den ersten Schritt in diese Richtung wagen und machen und starte heute. Es gibt keinen perfekten Tag. Mach heute. Fang heute damit an, wenn ihr diesen Wunsch habt. Und gestern waren wir halt beim Einwohnermeldeamt und wollten nochmal Pässe beantragen für Bernd, für Livia und für Calvino, die alle nächstes Jahr auslaufen. Und Livia hatte ja einen Kinderreisepass. Die sind jetzt ab 2021 soweit, ich weiß, nur noch für ein Jahr gültig. Und das wollten wir nicht. Wir wollten einen richtigen Reisepass für sie. Die sind dann sechs, sieben Jahre gültig. Wir haben uns ja extra informiert im Vorfeld, weil wir wussten, dass die nicht gerne ausgestellt werden vom Einwohnermeldeamt. Aber es ist ja unser Recht. Die meinen halt dann halt wegen dem Foto, weil jetzt sie verändern sich ja so stark vom Aussehen. Aber wir möchten nicht jedes Jahr zum Botschaft und einen neuen Pass beantragen. Und ja, das hat zum Glück, was heißt zum Glück, geklappt. Sie hat halt gesagt, das macht sie nicht gerne. Und Bernd so, ja, ich weiß. Und hat einfach weiter nichts gesagt. Wir möchten aber so einen Pass. Ja, und dann hat sie auch so einen gemacht. Für Calvino war die Problematik, in Anführungsstrichen, weil wir ja halt Patchwork-Familie sind, dass ich eigentlich für den Pass, so sagte sie, eine Einverständniserklärung des leiblichen Vaters brauche, weil wir das geteilte Sorgerecht haben. Die hatte ich jetzt nicht dabei. Und wo sollte ich die jetzt so schnell herzaubern? Wir wollten aber nicht nochmal dahin, weil wir viel zu tun haben natürlich, bis wir jetzt auswandern jetzt zu Hause und auch arbeiten und so. Und man muss ja extra einen Termin machen mittlerweile beim Einwohnermeldeamt. Das ist ja nicht mehr alles mal eben so. Ja, und dann hin und her. Ich brauchte noch nie eine Einwilligungserklärung für einen Reisepass von Calvino. Und dann ging das auch so. Sie hat zwar erst gesagt, nein, das geht nicht, das geht nicht, aber doch, das geht. Man muss da wirklich einfach hartnäckig bleiben und sagen, doch, das geht. Und das ist so, weil ich habe es ja schon mal gemacht und die Pässe immer bekommen. Ja, und das wollte ich euch mitteilen, dass wir jetzt halt Ende Dezember diese Pässe abholen können, dafür gekämpft haben, für uns eingestanden haben, dass wir die Pässe so bekommen, wie wir sie haben wollten, dass ihr euch da nicht unterbuttern lasst. Dass ihr für euch einsteht, was ihr braucht. Macht euch nicht einen Kinderreisepass, den ihr jedes Jahr erneuern müsst. Die kosten 17 Euro, glaube ich, jedes Jahr. Das ist jetzt nicht viel Geld, aber auch diese Rennerei. Und so ist der halt sechs, sieben Jahre gültig. Und weil wir ja hier auch alles ausräumen müssen und so und den Laden auch. Da wissen wir auch noch nicht, wir haben noch keinen Käufer für den Laden gefunden. Viele Interessenten, aber keinen Käufer. Da wissen wir noch nicht, ob der übernommen wird oder ob wir den ausräumen müssen. Genau, und das war mein Eintrag für heute. Ich hole euch wieder dazu, wenn es Spannendes zum Thema Auswandern zu berichten gibt. Ich wollte noch was anhängen. Und zwar werde ich immer gefragt, das wollte ich hier jetzt nochmal explizit sagen, was Kalvinos Papa dazu sagt, dass wir auswandern. Und natürlich ist er eingeweiht und natürlich steht er hinter uns. Und natürlich haben wir seine Einwilligung dazu. Das geschieht nicht heimlich. Ich hatte jetzt halt nur, also heimlich, auf YouTube halt. Das ist ja sowieso, jeder kann das sehen. Aber ja, er ist da voll bei uns und er weiß Bescheid. Es tut mir leid, ich muss noch mehr anfügen an dieses Video. Es wird kein einfaches Auswandertagebuch. Ich mache die Kamera an, wenn es was ganz Wichtiges zu erzählen gibt. Das ist alles ganz wichtig, finde ich. Seifenglasen! Und zwar habe ich euch erzählt, dass wir ursprünglich erst in 10, 20 Jahren auswandern wollten, wenn die Kinder groß sind. Aber diese aktuelle Situation hat uns einfach gar keine Wahl gelassen, als jetzt mit unseren Kindern abzuhauen. Und deswegen haben wir alles, alles in Bewegung gesetzt, dass wir so schnell wie möglich hier rauskommen. Dann hatten wir als Plan Mitte 2022 Juli gefasst. Weil wir sind hier, in dieses Haus sind wir erst eingezogen, letztes Jahr, also 2020 im November. Wir haben hier ganz viel renoviert, sehr viel Geld reingesteckt, weil wir dachten, wir bleiben noch 10 Jahre oder 8 Jahre oder so in Deutschland. Okay, dann wurde die Situation in Deutschland immer schäbiger und hässlicher. Haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt alles vorziehen. Scheiß drauf. Wir geben alles. Wir hauen nächstes Jahr im Sommer ab. Und dann wurde uns hier die Wohnung gekündigt, also das Haus. Auf Eigenbedarf. Genau. Und deswegen, das haben sich nämlich viele von euch gefragt, warum wir jetzt so eilig haben, ob es eine Flucht ist. Natürlich ist es auch eine Flucht, aber wir fühlen uns einfach nicht mehr wohl. Und deswegen hat uns das eigentlich in die Karten gespielt. Das war so ein richtiger Tritt in den Arsch, der uns in die richtige Richtung gebracht hat. Und deswegen haben wir immer wieder im letzten halben Jahr unseren Termin zum Auswandern vorgezogen. Weil wir halt immer darauf hingearbeitet haben, also so Sachen erledigt haben, um das noch eher zu machen. Unser Haus ist wie gesagt noch nicht fertig in Ungarn. Dann sind wir halt erstmal im Wohnwagen. Ist ja auch egal. Wenn uns das zu eng wird im Wohnwagen, dann ist auch egal. Dann nehmen wir halt ein Hotel oder weiß der Geier was. Also niemals unterkriegen lassen. Kämpft für eure Bedürfnisse, eure Rechte. Das, was euch wichtig ist, kämpft dafür. Es gibt immer einen Ausweg. Man muss ihn nur finden. Und danach suchen auch. Und nicht einfach auf dem Sofa sitzen und sagen, oh, ich hatte Pech und die hatten Glück oder so. Das ist so. Jeder ist so stark. Jeder kann das schaffen. Ja. Keine Opfermentalität. Ja. Nee, 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 nee. Hier vielleicht. Oh, ist die Maus. Die Maus. Hi. Ja, ja. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. Das ist meine Kamera. So. Hallo. Ein neuer Eintrag in unserem Auswanderungs-Videotagebuch. Wir haben uns ein paar Tage nicht gesehen. Das ist heute Montag, der 22. November 2021, glaube ich. Ach, fällt mir gerade ein. Du bist ja gestern zehn Monate alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, es gibt jetzt nicht so viel Neues zu berichten. Ähm, ich wollte einfach mal so einen Eintrag machen, wie es mir so geht. Ich bin mega, ich bin mega, mega aufgeregt. Wir wissen ja immer noch kein genaues Datum, wann wir abhauen. Also, wir würden natürlich am liebsten direkt zum 1.1. abhauen. Aber, ja, da wir ja selbstständig sind in Deutschland und unser Geschäft gerne verkaufen möchten, haben, wer das, also müssen wir halt darauf noch warten, dass wir einen Käufer finden. Wir haben inseriert, es sind immer wieder Interessenten da, aber viele haben wirklich Angst, sich selbstständig zu machen. Muss man wirklich sagen. Obwohl wir ja wirklich die Zahlen offenlegen und sagen, guck mal hier, jahrelang besteht dieses Geschäft und das ist ja ein Jahresabschluss durch den Steuerberater jedes Jahr gemacht. Und jeder kann die Zahlen einsehen und die sehen, dass man da wirklich gut von leben kann. Trauen die sich nicht. Und, ja, das bleibt zu hoffen, denn natürlich, wenn wir den Laden verkauft bekommen, Uppsala, ui, wow, hast du ein Salto gemacht? Ist es natürlich viel einfacher, dann bräuchte man quasi nur den Schlüssel, ist ein bisschen dunkel, ne? Den Schlüssel abgeben, also zuschließend abgeben, der neue Besitzer kann aufmachen. Wenn wir den Laden leer räumen müssen, ist es sehr viel mehr Arbeit. Ja, dann müssen wir nämlich alles leer räumen und Übergabe machen. Ist ja nur ein gemietetes Objekt und so. Ja, und das macht mich wahnsinnig. Wir haben jetzt gesagt, dass wir am 31.12. den letzten Arbeitstag machen, danach ist der Laden zu, so oder so, ob verkauft oder nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich liege nachts wach, Bernd liegt nachts wach. Die Gedanken kreisen, wie machen wir es am besten, wie geht es am schnellsten. Ja, wir haben jetzt auch nicht so den riesen Bekanntenkreis. Und die, die wir halt kennen, die uns helfen, die sind halt auch berufstätig. Die können ja jetzt auch nicht eine Woche Urlaub nehmen und uns helfen oder so beim Ausräumen, wenn wir ein Umzugsunternehmen. Ja, egal. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Einfach nur, ich bin total aufgeregt. Ich habe auch natürlich Schiss an alle, die auch vor diesem Schritt stehen. Natürlich habe ich auch Angst. Aber ja, am Ende machen wir das alles für unsere Kinder, dass es euch gut geht. Und das gehört natürlich auch zum Auswandern dazu, dass man da Respekt vor hat. Wenn es so einfach wäre, dann würde es natürlich jeder machen. Du auch? Ja, wenn das so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen, sag mal. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hallo, liebes Tagebuch, liebes Auswanderungstagebuch. Ich habe große Nachrichten. Erstens haben wir gestern unsere internationale Krankenversicherungskarte bekommen, weil wir ja nicht wirklich auswandern in ein anderes Land, sondern wir möchten ja auch hauptsächlich reisen. Deswegen braucht man eine Krankenversicherung, die uns in ganz vielen Ländern absichert. Und die haben wir gefunden und haben wir abgeschlossen. Und die Karte kam, wie gesagt, gestern. Erste gute Nachricht. Zweite gute Nachricht ist, wir haben einen Termin mit dem Umzugsunternehmen. Und alle unsere Möbel gehen ja nach Ungarn in unser Haus. Und endlich, endlich steht dieser Termin fest. Ich habe dem so entgegengefiebert, weil dann kann ich so einen Countdown machen. Sorry, ich muss mir die Nägel lackieren. Lisa ist immer ganz gelb. Sorry, passt nicht rein. Aber ich habe dem so entgegengefiebert, weil dann kann man halt, wie gesagt, endlich den Countdown machen, die Tage zählen und so. Und das ist so ein riesiger Schritt. Jetzt wissen wir, wann es losgeht. Und der Plan ist ja, dass wir schon ein, zwei Tage, bevor das Umzugsunternehmen hier alles leer räumt, ausziehen. Also wir haben einen Wohnwagen. Und weil wir den Abbau hier selber machen, die Küche wird selber abgebaut. Das macht Bernd. Denn das hätte jetzt 500 Euro gekostet. Nur das Abbauen. Also das Tragen helfen die sowieso alles in den Container tragen. Aber abbauen können wir auch selber. Das ist ja schnell gemacht, in Anführungsstrichen. Genau, dann haben wir gesagt, dann ziehen wir schon mal in den Wohnwagen mit unseren Sachen ein paar Tage vorher. Ja, wie gesagt, weil wenn die Küche so abgebaut ist, dann kann man ja nicht mal mehr ordentlich Wasser kochen oder so. Und dann ist es besser im Wohnwagen. Da ist es klein, aber fein. Und ich freue mich so. Ich bin so aufgeregt. Jetzt, wo der Termin steht, so positive Aufregung. Boah, ich freue mich so. So, goodbye Deutschland. Hallo Welt. So, warte Musik aus. Hallo. Kleines Auswanderungs-Update. Es gibt jetzt nicht so die Riesen-Neuigkeiten. Einfach so gefühlstechnisch. Es ist jetzt so kurz vor Weihnachten. Morgen ist der 1. Dezember. Und ja, das ist so ganz komisch, weil wir wissen, dass wir bald auswandern. Es lohnt sich nicht, vor Weihnachten zu schmücken. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte man das Fest natürlich nochmal richtig genießen. mit der Familie und so. Aber die aktuelle Situation lässt das ja auch gerade alles nicht so zu. Es wird ja immer schlimmer hier. Und unser Geschäft hat jetzt wahrscheinlich jemanden, der das übernimmt. Was uns ja auch einiges an Arbeit abnimmt natürlich. Weil wir dann den Laden nicht leerräumen müssen und alles. Man wird halt einfach die Schlüssel übergeben. Andererseits. Also was positiv ist. Andererseits. So oder so. Ob er übernommen wird oder nicht. Ist man so. Habe ich heute so weich zu Tränen gerührt. Was heißt gerührt? Habe ich kurz geweint. Mir sind die Tränen gekommen. Nee, nicht schmatschen jetzt mit Wasser. Nee, du kannst trinken. Ja, weil das halt so unwiderruflich ist. Dieses Geschäft werden wir nie wieder haben. Und wir haben da sehr viele schöne Stunden verbracht. Zeit verbracht. Mit der ganzen Familie. Und das ist unwiderruflich weg. Du bist die Maus. Ja. Du bist die Maus. Ja. So. Wir befinden uns mitten in der Adventszeit. Deswegen haben wir hier ganz viele Adventskalender. Ich mache mir den Schrank zu. Dann sieht es ein bisschen ordentlich aus. Ja. Nicht mehr lange. Und wir wandern aus. Ich schätze mal. Moment. Ist doch immer ein Handy geklingelt. Ein paar Wochen noch. Und wir verlassen Deutschland. Und es wird immer ungemütlicher hier. Und wir freuen uns auf alles, was kommt. Zurzeit ist es so, dass wir unser Geschäft verkaufen. Wir haben einen potenziellen Käufer. Aber das gestaltet sich alles etwas schwieriger. Als wir erhofft haben. Ja. Die Bank. Von ihm. Wo das ja alles finanziert werden muss. Und so. Also es ist halt alles ein bisschen schwieriger. Mal schauen, wie das so läuft. Am Ende wird es wahrscheinlich so laufen, dass wir den Laden entweder verschenken oder schließen. Aber ja. Egal. Hauptsache wir kommen hier noch heil raus. Und egal. Es ist eine mega aufregende Zeit. Mega, mega aufregend. Jeden Tag so viele neue Eindrücke. So viele schwierige Entscheidungen, die wir zurzeit treffen. Ich würde die so gerne euch hier mitteilen. Ich kann sie leider nicht mitteilen. Und da sind wir. Du auch. Du bist heute dabei. Wir haben euch was zu erzählen. Und ich habe nicht so viel Zeit. Deswegen mache ich nebenbei noch ein bisschen Essen und mir einen Tee und so. Und ich habe heute tatkräftige Unterstützung. Die Lidia ist dabei. Genau. In meinem letzten Eintrag ins Videotagbuch habe ich, glaube ich, gesagt, dass das eine ganz schwere Zeit ist, und wir so viele Entscheidungen zu treffen haben. Und ich euch davon nicht erzählen kann. Und natürlich kann ich ja nicht immer alles offen erzählen. Weil, ja, ihr wisst, oder ihr viele auch nicht, wir haben einen Laden. Wir sind selbstständig. Ein Einzelhandel für E-Zigaretten. Und da drin war auch ein Nagelstudio. Dieses hatte ich geführt. Gesundheit. Und das haben wir letztes Jahr schon geschlossen. Also 2020 haben wir das abgemeldet. Erstens, da ein Lockdown demnächsten lagte. Ich keine Lust mehr auf diese ganzen Maßnahmen hatte. Und zweitens, ich war schwanger. Und ich hätte zwar wieder angefangen damit, aber so hat sich das dann ergeben, dass wir das einfach abgemeldet haben und Feierabend. Ja, und jetzt haben wir halt noch diesen Einzelhandel für E-Zigaretten. Den haben wir jetzt ein paar Jahre schon. Und das ist auch wirklich... Also wir waren damals, bevor wir den gegründet haben, sehr bedacht, ob das wohl läuft und so. Wie viele in unserem Umfeld auch. Aber das läuft tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Die Zahlen sprechen ja für sich. Also wir können das ja alles nachlegen. Die ganzen betriebswirtschaftlichen Auswertungen und so. Haben wir ja alles. Dass der Laden trotz Lockdown-Gedöns ordentlich abwirft. Und jetzt war die Frage, was machen wir mit dem Laden? Ich glaube, der Wasserkocher stört. Ich warte mal, bis das fertig gekocht ist, das Wasser. So, einmal einen Tee gemacht. Denn wir haben heute so viel geredet und gearbeitet bezüglich dieses Themas. Aber wir haben endlich eine Entscheidung getroffen. Was möchtest du denn? Komm her. Ja, wir haben uns dafür entschieden, den Laden zu verkaufen. Hatten Anzeigen oder Annoncen aufgegeben. Und es haben sich viele Menschen gemeldet. Interessenten, heißt es dann, glaube ich. Komm her, mein Schatz. Hier, komm. Super. Ja, super. Super. Und ja, mit denen redet man dann. Und dann gibt man denen alle Zahlen. Geht alles durch. Wie viel Umsatz, wie viel Gewinn. Hier und da hast du nicht gesehen. Die wollen dann ja alles wissen. Alle Fragen, die wir ja auch hatten, bevor wir uns selbstständig gemacht haben. Aber wer schon mal selbstständig war, der weiß, die Fragen sind nicht so einfach zu beantworten. Zum Beispiel, wie viel Krankenkasse bezahlt man denn dann? Oder wie viel Steuern bezahlt man denn? Es gibt so viele Steuern, also Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, Einkommenssteuer. Hast du nicht gesehen? Die sich auch alle danach richten, wie hoch die Umsätze sind. Beziehungsweise die Einkaufspreise, also man kann das nicht nie pauschal sagen. Unglaublich. Ja, und das waren immer die Gespräche, die wir in den letzten Wochen hatten mit ganz vielen Interessenten, die alle immer sehr anstrengend sind, die Gespräche. Also nicht, weil die Menschen anstrengend sind, sondern einfach, weil diese Gespräche sehr anstrengend sind. Sehr, man muss genau aufpassen, was man sagt, sehr viel denken und sehr gut zuhören, sowas halt. Und es waren einige Interessenten. Das Problem in Anführungsstrichen ist halt, dass niemand dieser Interessenten einfach so das Geld gehabt hätte. Was ja nicht das Problem ist in Anführungsstrichen, weil wir können ja nachweisen, dass dieses Geschäft gute Zahlen abwirft und die der Bank vorlegen. Also es ist ja, jedes Jahr macht man ja eine, wie heißt denn das beim Steuerberater, man gibt jeden Monat seine Buchhaltung ab und so. Egal, ihr wisst, was ich meine. Das kommt vom Finanzamt dann. Und also es sind ja offizielle Zahlen, die man der Bank, diese BWA, Betriebswirtschaftliche Auswertung, glaube ich heißt das, kann man der Bank vorlegen. Und dann wissen die genau, was sie zu tun haben. Genau, und das wurde halt gemacht von einer Person, die unser Geschäft kaufen wollte. Und dann haben wir, ach da musste man ganz viel ausfüllen und so. Ach, egal, das war alles richtig dicken Kopf. Und dann hat die Bank jetzt halt gesagt, weil wir ja unbedingt auf jeden Fall 2021 abschließen möchten, wir möchten auf gar keinen Fall nächstes Jahr noch was mit dem Laden zu tun haben. Weil wir auswandern und wir möchten dieses Geschäft einfach schließen. Wir haben die Faxen dicke, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wir wollen einfach unsere Ruhe haben und deswegen, ja, möchten wir dieses Jahr noch eine Antwort haben. Also 2021. Und die Bank hat dann aber gesagt, ja, das klappt aber auf gar keinen Fall. Wir brauchen mindestens so und so viele Wochen und dann geht das noch weiter an die und die Stelle. Die brauchen noch so und so lange. Also frühestens Mitte, Ende Januar kommt dann eine Entscheidung. Ja, dann haben wir hin und her überlegt, Beratschlag, naja, wie ist das denn dann, wenn wir dann einen Vertrag machen? Also ich erzähle euch jetzt das Ganze ins kleinste Detail, was wir uns für den Kopf gemacht haben, wie wir uns den Kopf zerbrochen haben. Also wir würden jetzt einen Vertrag mit dieser Person machen, dass diese Person den Laden übernimmt zum 01.01. Wir am 31.12. abschließen. Dann würden wir ja quasi unser ganzes Inventar, alles, was noch drin ist, wir würden ja nicht leerlaufen lassen, das ganze Sortiment. Wir würden das ganze Sortiment ja mit übergeben, damit diese Person direkt starten kann und einarbeiten im Dezember, was wo ist und die ganzen Produkte erklären. Weil unser Fokus lag immer auf Kundenservice, das finden wir sehr wichtig, wenn man so ein Geschäft hat, weil sonst können die Kunden auch online bestellen. Und dass man halt diese Person gut einarbeitet und einen guten Start gibt. Ja, also das wäre ja schon mal ein enormes Risiko, haben wir so gedacht. Aber okay, wir hätten das gemacht, obwohl, dann haben wir ja weitergedacht, Bernd und ich, auch wenn man uns das nicht so zutraut, weil wir oft so rüberkommen, so locker flockig, aber wir denken manchmal auch weiter. Deswegen haben wir so gedacht, ja, was ist denn, wenn diese Person, sagen wir mal, die kriegt den Kredit bei der Bank, bezahlt uns, dann ist ja, also, nee, dann ist ja gut, genau, so war der Gedanke, dann ist ja gut, dann ist ja bezahlt, alles gut. Was wäre denn aber, wenn die jetzt sagen, okay, die Bank sagt, den Kredit gibt es nicht, was macht man dann? Okay, dann könnte man zum Beispiel, dann könnte man zum Beispiel eine Ratenzahlung machen. Haben wir jetzt, Bernd und ich, so für uns geredet, ne? Dann sagt man Summe X für so und so viele Monate, vielleicht Zinsen oder nicht, so weit haben wir noch nicht überlegt. Dann zahlt man das halt in Raten. Wir wissen ja, der Laden wirft genug ab. Aber was ist denn, wenn diese Person zum Beispiel sagt, boah, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, eigentlich denen das Geld zu geben. Ich melde das Geschäft jetzt ab, ich melde Insolvenz an. Weil erst haben wir gedacht, okay, dann, wenn er das Geschäft abmeldet, dann kann er das ja, oder kann die Person das ja auf jemand anders anmelden. Und kann das ja weiterführen, das Geschäft. Und wenn wir dann klagen, dass wir das Geld haben möchten, diesen Verkaufspreis oder Kaufpreis, dann... Boah, das ist richtig Kopf kaputt machen, ne? Also die Person meldet das auf jemand anders an. Wir haben ja dann nicht unseren Kaufpreis bekommen. Wir würden klagen, können aber ja nur gegen den ursprünglichen Käufer, mit dem wir in dem Vertrag haben, klagen. Der hat aber keine Einnahmen mehr, macht Insolvenz, unser Geld ist weg und das Geschäft ist halt einfach auf eine andere Person angemeldet. So war der Gedanke. Dann haben wir aber gedacht, komm, wir vertrauen der Person einfach, wir machen das, ne? Aber trotzdem hat man die Angst, dass es so kommen würde. Aber wir haben gedacht, komm, wir fragen erst mal Steuerberater, wie das denn so ist mit den Steuern. Weil wenn man ja eine Kauf-, Verkaufssumme einnimmt, also das Geschäft verkauft und man nimmt da Summe X ein, darauf muss man ja natürlich Steuern zahlen. Wie ist das denn dann? Weil wir uns ja auch hier abmelden und wir wollen ja in 2022 kein, also wir wollen hier nicht mehr steuerpflichtig sein, weil wir halt auswandern. Und deswegen wollen wir das unbedingt dieses Jahr 2021 über die Bühne bringen alles. Wie ist das denn dann, wenn das Geld, also der Vertrag würde geschlossen im Dezember 2021, aber das Geld würde erst fließen im Januar oder Februar 2022 oder in Raten oder wie auch immer. Steuerberater sagte, alles kein Problem, das wird geltend gemacht im Steuerjahr 2021. Wir so, yeah, super, geil, okay. Weiter nachgedacht, also so drei Sekunden weiter nachgedacht, dann gefragt, okay, aber was ist, wenn der nicht zahlt, warum auch immer, ne, kriegt das Geld von der Bank überwiesen, die Kaufsumme, gibt es selber aus oder sagt, nee, will ich doch nicht bezahlen oder die Bank sagt, nee, gibt es nicht. Ja, dann würde das auch fällig werden, müssten wir es sowieso bezahlen mit dem, genau, wir haben erst gedacht, dass man halt die Umsatzsteuer zahlen müsste, was ein hoher fünfstelliger Bereich wäre, dann hat Steuerberater gesagt, nee, Umsatzsteuer wird darauf gar nicht fällig, voll cool, wir uns, yeah, geil, keine Umsatzsteuer, aber Einkommenssteuer, bla bla bla, hast du nicht gesehen und was dann alles veranschlagt wird, Vorsteuer, Bleibesteuer, keine Ahnung, wie der das alles nennt, der Steuerberater, das wird darauf fällig und auch das wäre ein mittelhoher fünfstelliger Betrag, den wir auf jeden Fall zahlen müssten, ob das Geschäft bezahlt wird oder nicht, wenn wir diesen Vertrag schließen. So, wir hätten also dieser Person jetzt im Januar unser Geschäft gegeben, also das Inventar, die Möbel, die ganzen Produkte, das ist ein voll eingerichteter Laden, der läuft gut, die ganzen Produkte, die wir ja vorgestreckt haben, also alles schon bezahlt, einarbeiten, alles Mögliche ohne Geld, weil diese Person kein Geld hat, um uns irgendwie anzuzahlen, doch, ein paar hundert Euro, in der Hoffnung, dass alles gut geht. So, und da haben wir jetzt heute für uns entschieden, das machen wir nicht. Wir machen den Laden zu, wir schließen den, wir verkaufen den nicht, es sei denn, jetzt kommt eine Person und sagt, hier, habt ihr das Geld, ich überweise euch das jetzt, dann okay, machen wir das. Aber ansonsten nicht, bloß eine Fernbedienung, ne? Genau, das heißt, jetzt hat der Bernd noch zwei Wochen Zeit, um den Abverkauf zu machen. Wir haben direkt Bescheid gesagt den Kunden, jetzt geht der Sale los, alles wird verkauft. Und, ähm, ja, das heißt allerdings auch, dass wir, also, natürlich müssen wir unsere Produkte loswerden, dass wir nicht mehr so viel haben. Ein paar Großhändler nehmen auch was zurück, was wir schon gekauft haben, das ist nicht so das Problem. Über die Jahre kennt man die Großhändler so ein bisschen und die kennen unsere Story. Und schöne Grüße, falls jemand zuschaut. Und, ähm, ja, die nehmen das dann zurück, was übrig bleibt nach dem Sale. Aber wir haben auch da drin Möbel. Die Frage ist, verkauft man die, verschenkt man die, vermüllt man die? Sperrmüll ist auch für den Laden angemeldet. Das wird auch abgeholt. Ja, und dann war halt so, also auf der einen Seite ist einem voll der Stein vom Herzen gefallen heute. Weil, endlich ist diese Entscheidung gefallen, auch wenn es jetzt halt so ein Verlust ist, finanziell gesehen. Aber wir wissen, wie es weitergeht, ne? Man, man hing immer so in der Schwebe, dann kam wieder ein neuer Interessent, dann hat man wieder alles erzählt, dann, ja, nee, ich hab kein Geld. Okay, ich geh zur Bank, bla bla bla, sült, sült, sült. Telefoniert immer wieder, sonntags auch. Und kein Feierabend, ne? Das war mega anstrengend die letzten Wochen. Und jetzt haben wir eine Entscheidung gefällt und dann ist so halt, ne? Endlich ist es vorbei. Und da haben uns gerade so die Köpfe gequamt. Ich war jetzt mehrere Stunden mit Murphy, also mit unserem Hund und mit Livia im Laden. Und da kann man gedanklich einfach weitergehen. Man kann jetzt planen, wir können alles da abreißen, ausräumen, abbauen, zurückbauen. Ja, und eine Hürde ist geschafft. Ja, das, also, das muss man mal erlebt haben, ne? Als ich vor zehn Jahren nach England ausgewandert bin, oder ist das zehn Jahre? Ne, das ist länger her. Ich weiß nicht mehr, 13 Jahre oder so bin ich nach England ausgewandert. Habe ich, glaube ich, in diesem Video schon mal erzählt, da war ich halt ohne Kinder und Jungen und so. Dann macht man das einfach. Da kündigt man seine Wohnung, seinen Job und dann geht man einfach. Jetzt ist das eine ganz andere Hausnummer, wirklich eine ganz andere Hausnummer. Und, ja, sorry, ich habe gerade gesagt, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, weil ich dieses Video ja über Wochen aufnehme. Ja, ich glaube, jetzt bin ich schon vier oder fünf Wochen dabei oder länger. Ich habe überhaupt gar keine Übersicht. Ich glaube, das wird auch mega lang, dieses Video. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, was ich euch schon alles erzählt habe. Genau, ja. Und damit es nicht zu lang wird, höre ich jetzt auf zu labern. Und bis zum nächsten Mal. Oh, guten Tag, hallo. Es sind wieder ein paar Tage vergangen. Ich glaube, das sage ich immer, wenn ich hier anfange, ein Video zu starten, einen Tagebucheintrag. Ich hatte eine neue Brille. Ich muss, ich brauche Mut für den Schritt, den wir machen. Und deswegen muss ich eine aussagekräftige Brille haben. Nein, Quatsch. Ich wollte euch erzählen, unser Haus, das wir in Ungarn ja haben, wie viele wissen, ist ja noch nicht saniert. Das ist ja noch immer so richtig Rohbaustelle, ne? Also so sieht es aus. Wir haben zwar Heizung installiert, ich suche halt ein Stativ. Warte mal. Und wir waren ja die ganze Zeit, sind wir, gehen wir eigentlich davon aus, dass es nicht fertig ist, wenn wir ankommen. Dass wir im schlimmsten Fall im Wohnwagen im Januar ankommen und monatelang im Wohnwagen leben müssen, bis unser Haus fertig ist in Eigenregie. Wir sind beide keine Handwerker, Bernd und ich. Ich meine, wir können uns viel aneignen, wir sind nicht doof, ne? Aber wir haben halt keine Übung. Und keine Ahnung. Jetzt haben wir aber die gute Nachricht gerade bekommen, dass unsere Heizung funktioniert. Das hat ja jetzt vor über einem Jahr, anderthalb Jahre gedauert, von der Beantragung, dass Gas auf unser Grundstück gelegt wird, bis der Architekt, dass die Leitung gezeichnet hat. Das muss ja alles auch ordentlich gemacht werden. Dann wurde das gegraben und ans Haus installiert. Dann musste wieder ein Handwerker kommen und innen alles legen, auch fürchterlich. Dann musste ein Sanitärmensch kommen, die Heizkörper installieren. Denn das hat anderthalb Jahre jetzt gedauert. Gut, ich muss zur Verteidigung sagen, es war ja hier Lockdown und alles. Ja, viele Menschen waren krank, keine Ahnung. Es hat sich sowieso gezogen, sind wir ehrlich. Ich gucke gerade hier am Essen auf dem Herd, dass es nicht anbrennt. Aber ja, die Heizung funktioniert. Das heißt, wenn jetzt halt diese Nivelliermasse auf dem Boden, die trocknet jetzt viel besser. Wenn Fliesen verlegt werden, trocknet alles viel besser. Und der Installateur, der jetzt die Heizung in Betrieb genommen hat, angeblich, also wir haben schon oft Termine gehabt, die nicht eingehalten wurden, angeblich kommt dieser Installateur Anfang Januar 2022 zu unserem Haus und macht uns Badewanne, Dusche, Toilette, Waschbecken, das alles dran. Das wäre so cool, wenn wir nämlich dann ankommen. Dann haben wir das schon mal, dann haben wir sanitäre Anlagen. Das wäre so richtig, richtig Gold wert, finde ich. Fliesen legen wird dann hoffentlich einfach so ganz schnell hinterher passieren. Weihnachten, Silvester und so hier, was wir noch verbringen, aber nicht mehr groß schmücken und so. Knallen darf man eh nicht, also von daher, ja. Bernd ist am Laden, der arbeitet da auf Hochtouren. Wir haben den Laden jetzt nochmal reduziert, die Anzeige. Vielleicht findet sich ja doch noch ein Käufer. Wer weiß, wenn jemand das Geld quasi in Anfangstrichen auf den Tisch legt und das jetzt nicht von der Bank beantragt werden muss und so, dann geht es ja vielleicht ganz schnell. Mal gucken. Also Interesse haben ganz, ganz viele Menschen. Das ist nicht das Problem. Keiner hat das nötige Kleingeld dafür. Und auch die Eier in der Hose, weil auch wenn der Laden ja läuft nachweislich und wir das alles belegen können, dass der richtig gut läuft und Geld abwirft, haben die Leute, die trauen sich das nicht. Aber wenn wir im Sommer da liegen, im Liegestuhl und in der Pause und mit Planschbecken, Füße im Planschbecken, dann so, ihr habt es gut. Aber das traut sich einfach keiner. Also nicht hier in diesem Umkreis. Keiner, der davon weiß. Natürlich trauen sich viele Menschen, sich selbstständig zu machen. Aber ja, egal. So ist das jetzt halt. Ich wollte euch nur ein kurzes Update geben. Die Aufregung steigt. Wir sind mega in den staatlichen Berndt. Hat heute nochmal das Umzugsunternehmen kontaktiert. Denn wir hatten halt alles angegeben, alles ausgemessen, was alles mit rüberkommt nach Ungarn. Aber jetzt haben wir noch gesagt, okay, wir haben noch Winterreifen. Und die müssen mit. Wenn der Laden nicht übernommen wird, dann werden auch von dort einige Sachen mitkommen. So Vitrinen und so, die gut erhalten sind. Und das alles hat der alles nochmal zum Umzugsunternehmen gemailt. Wir haben so einen 12,5 Tonner ursprünglich bestellt. Ich hoffe, das reicht trotzdem. Also als wir hier eingezogen sind, hatten wir zwei 7,5 Tonner. Das ging gerade so. Mal gucken, was sie zurückantworten. Natürlich, wenn die jetzt sagen, das kostet dann 2.000 Euro mehr, dann kaufen wir uns lieber neue Sachen, ehrlich gesagt. Ja, wir gucken mal. Aber die Küche hier, die würde ich schon gerne mitnehmen. Die ist jetzt vier Jahre alt und das sind so viele Schränke. Und ja, das ist immer auf. Ich bin immer zu faul, das zuzumachen. Egal, ich mache es jetzt nicht. Ist egal, wir sind halt so. Ja, die würden wir schon gerne mitnehmen. Ja, gut. Bis zum nächsten Tagebucheintrag. Heute ist der große Tag. Wir fahren heute zum Einwohnermeldeamt und melden uns ab. Das kann man nämlich vorträglich machen. Ja, das kann man zwei Wochen also vorher machen mit meinem Termin. Die ganze Familie wird heute in Deutschland abgemeldet. Ist das nicht aufregend? Ich bin richtig aufgeregt auf diesen Termin. Aber positiv. Ich freue mich. So, ich hatte mich gestern gar nicht mehr gemeldet. Wir hatten ja gestern unsere Reisepässe abgeholt und die Abmeldung vollzogen von Deutschland. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie aufgeregt ich war vor diesem Termin. Warte, ich stelle euch mal eben hier. Wir hatten alles vorbereitet extra. Jetzt ist mir die Kamera auch noch runtergefallen. Das ist mir gestern schon mit meiner Action-Cam passiert. Mir fallen hier jeden Tag die Kameras runter. Jetzt halte ich euch fest, weil ich Schiss habe, dass mir meine Kameras hier alle kaputt gehen. Mein Herz. Also, wir hatten alles vorbereitet für diese Abmeldung, was wir so brauchten. Auf jeden Fall, das Wichtigste war ja die schriftliche Einverständniserklärung von Perrinos leiblichen Vater, dass wir ihn abmelden dürfen. Und ich hatte so Gedanken, dass das nicht klappt. Obwohl wir die schriftliche Erlaubnis haben. Ich habe mich sehr viel belesen im Internet darüber. Und das ist oft so, dass die Einwohnermelderämter da so einen Strick draus drehen. In Anführungsstrichen, nicht einen Strick draus drehen, aber dass die halt so, nee, machen wir nicht. Wir brauchen einen extra Nachweis. Wir brauchen den extra beglaubigt. Oder wie auch immer. Und so. Ich meine, die hätten den auch anrufen können. Aber ja, egal. Es ist alles gut gegangen. Und mir ist so ein Megastein vom Herzen gefallen. Dann brauchten wir oder wollten wir richtige Abmeldebescheinigungen haben aus Deutschland, damit wir alle Verträge kündigen können. Auch das haben wir bekommen, ohne überhaupt das zu erwähnen. Das hat sie einfach so fertig gemacht. Manchmal gibt es da auch so nicht so offizielle Schreiben. Und wir wollten an unserem, nicht Reisepass, den Personalausweis, den die Adresse halt weg haben. Und keinen festen Wohnsitz in Deutschland oder so ähnlich steht jetzt da drauf. Das hat sie auch ohne Probleme erledigt. Also es war wirklich zu vollster Zufriedenheit erledigt der Termin. Livia, obwohl sie nicht mal ein Jahr ist, hat ein Kinderreisepass. Dieser ist jetzt, ich glaube, sechs oder sieben Jahre gültig. Wir haben keinen, nee, es ist kein Kinderreisepass, es ist ein richtiger Reisepass. Genau. Weil Kinderreisepass wäre wieder nur ein Jahr gültig gewesen. Also alles super gelaufen. Wir haben hier gestern, wir waren so erleichtert und so Party gemacht. Ich habe mir schon seit Wochen einen Kopf gemacht, ob das alles klappt. Und wenn das nicht klappt, wenn wir das dann beglaubigen müssen, dann zieht sich das nachher alles wieder nach hinten. Ja, aber es ist alles gut gegangen. Und die Geschäfte haben wir natürlich auch abgemeldet. Also das kann man ja auch fordatieren. Und auch, ja, das ist ja eigentlich recht unspektakulär. Das ist ja wie ein Geschäft anmelden. Also man geht zum Gewerbeamt und sagt, ich melde es zu dann und dann ab. Und dann, ja, die sind jetzt alle abgemeldet. Und ja, unglaublich. Es ist schon jetzt in Planung, dass die wieder neu angemeldet werden. Halt nicht mehr hier in Deutschland. Und, wow, ein riesiger Schritt, ein Meilenstein. So ist das immer, wenn ich mir die Augen will. So, guten Tag. Ich mache eben alles aus. Radio aus, Spülmaschine aus. Heute, also jetzt ist so vorbei mit Erzählen und so, was wir alles planen und auswandern und so. Jetzt nimmt das Ganze Form an. Heute ist der letzte Arbeitstag von Bernd in unserem Laden. Wie ihr ja wisst, schließen wir den. Der wird nicht verkauft. Deswegen haben wir jetzt den Ausverkauf gemacht. Und er wird regelrecht überrannt im Laden. Das ist alles voll Kunden. Eigentlich wollte ich mit den Kindern nochmal hinlaufen und die letzten Stunden dort als Familie genießen. Einfach, weil das war für uns immer so voll der Anlaufpunkt, unser Laden. Wir haben da sehr viel Zeit verbracht, sehr viele schöne Stunden zusammen verbracht. Das habt ihr auch alles in unseren Daily Vlogs immer gesehen. Und heute würden wir zum letzten Mal in dieser Konstellation dahinlaufen. So, was voll so unser Ritual war. Kinderwagen und Hund und so. Und jetzt ist er so voll, dass wir nur stören würden mit den ganzen Maßnahmen und so. Deswegen machen wir uns jetzt ganz langsam fertig und gehen dann dahin. Und ich möchte euch auf jeden Fall den Laden nochmal zeigen. Bernd hat gesagt, ich werde den nicht mehr wiedererkennen, weil der halt schon so, so leer gekauft ist und auch so viel abgebaut ist. Smuffy, aus! 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 Ab! Geh ab! Auf deinen Platz! Äh, ja. Wir gehen uns das jetzt mal angucken. Ein letztes Mal zum Laden laufen, vorm Auswandern. Tada! Wir sind da. Schon die ganze Zeit. Aber, wir haben sehr lange draußen gewartet, weil es war sehr voll und es war ein unglaublicher Ausverkauf. Ein unglaublicher letzter Tag. Ich führe euch jetzt einmal noch rum. Ich finde, die Regale sind immer noch relativ voll, aber es ist kein Vergleich zu früher. Und da, Adventspanz, den nehmen wir mit. Ach, jetzt kommen wieder Menschen. Egal, ich zeige euch eben. Hier war mein Nagelstudio früher. Hier sind Umzugskisten, alles schon seit Wochen der Weihnachtsbaum. Hallo! Da ist der Papa. Oh! Weiß ich nicht. Hallo! Hallo! Hast du noch auf? Ja! So, wir mussten gerade abbrechen, weil noch Kunden kamen. Genau. Aber es dient ja auch nur einmal noch den Laden zu zeigen, den in Erinnerung zu halten. wir verdrücken uns unsere Tränchen und ja. Viele schöne Stunden hier erlebt, ne? Ja. In guten und in schlechten Zeiten. Schlechte Zeiten gab es. Nee, schlechte Zeiten gab es nicht vom Laden her, aber wir haben ja auch hier, keine Ahnung, als meine Mama gestorben ist, habe ich hier getrauert und so. Sowas war ja schon auch. Warum warst du hier denn so? Weil ich gearbeitet habe hier. Also auch wenn ich traurig war, musste ich ja arbeiten, konnte ich ja nicht sagen. Ich arbeite nicht. Ja gut. Ich melde mich wieder, wenn es was zum Auswandern zu erzählen gibt. Sind jetzt für uns. Hallo! Ist immer noch geschlagen. Warte. Ja. Ja. Meine Güte. Guten Tag. Wir sind schon in den Wohnwagen gezogen. Und ja, die letzte Nacht im Haus war sehr bescheiden. Ich hatte Magendarm. Ey, meine Güte. Das ging so richtig ab bei mir. Aber ich will euch davon nicht zu viel erzählen. Ich wollte halt nur sagen, dass das ja, die letzte Nacht war echt doof. Wir sind dann hier reingezogen. Das sind jetzt alle Sachen hier im Wohnwagen. Und wir haben hier sogar alle unsere Anziehsachen unterbekommen. Der Wahnsinn, was hier so reingeht. Wir haben so viele Schränke hier oben. Ich mache euch auch noch eine Wohnwagen-Room-Tour, wie wir das so eingerichtet haben. Kommt aber in ein extra Video. Hier soll es ja hauptsächlich ums Auswandern gehen. Genau, ich bin jetzt mit den Kindern hier im Wohnwagen und Bernd ist zu Hause und baut die Küche ab. Denn das Umzugsunternehmen, die ja kommen, die bauen die nicht mit ab. Also die hätten das gemacht, aber das hätte, glaube ich, 500 Euro mehr gekostet. Nur das Abbauen der Küche. Und hat der Bernd gesagt, das macht er selber. Und ja, ich glaube, das müssten die auch eigentlich heute schaffen. Und dann geht es los. Achso, in Kisten gepackt haben wir alles schon. Genau, und dann haben wir gedacht, komm, wir packen alles in Kisten, genießen die letzte Nacht nochmal zu Hause, also das letzte Mal in diesem Haus und dann ab 22 Uhr bin ich nur auf Toilette gerannt. Ja, und ich lag gestern so richtig, richtig flach. Wir haben so mit Mühe und Not hier den Umzug geschafft, weil ja die Zeit drängt natürlich. Wir haben ja den Termin, dass das unseres Unternehmen kommt, deswegen war nicht so viel mit Ausruhen gestern. Ich hatte auch ein bisschen Fieber, aber heute geht es mir wirklich schon sehr, sehr, sehr viel besser. Also, kann man gar nichts sagen. Es ist jetzt richtig kalt, es ist ja Januar und heute Nacht hat es sogar gefroren. Aber unsere Heizung hier im Bodenwagen ist wirklich super. Guck mal, wie ich hier sitze. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben 23, 24 Grad hier. Hör doch mal auf mit diesem Klick, 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 Klick. Hallo, wir machen nur den Tontest. Wir bereiten nämlich alles vor zur Abreise. Zu Hause ist der Lkw, der Umzugs-Lkw. Ihr hört Radio. Und es geht gleich los. So, wir sind jetzt hier am zweiten Tag am Abbau und Umrödeln alles. Jetzt sind wir in der oberen Etage angekommen und mein Papa schon ein bisschen fleißiger mithelfen. Meine Mama auch. Beim Perzel sieht es schon so aus. Hier haben wir schon alles abgebaut soweit. Hier stehen die Paletten von seinem Bett, was wir hatten. Da mussten wir Magneten mit dem Dürfen nicht vergessen. Das ist schon alles sehr überschaulich. Hier stehen die Kisten auch weiter gepackt haben. Also wirklich viel ist das nicht mehr. Hier haben wir noch ein paar Zubehör, Schaukelpferd für die Maus, Michaelas Fahrrad, ihr Brautkleid, die Stühle, die schönen, da sind die Gardinenleisten, der Schreibtisch kommt auch mit. Dachboden ist ja schon leer und hier haben wir schon unser Ehebett angefangen. Jetzt habe ich mal alles durchnummeriert mit Kopf links, Kopf rechts, Kopf Mitte und mit Bilder und da wie auch E1, D2 mit den Füßen markiert. Da haben wir auch schon alles abgebaut. Kleiner Schrank ist da. Da sind die Dachlatten, also die Dachlatten, Lattenroste, Rösts. Ja, da ist das Libia Speichelbettchen von ihr. Ende Tag 2. Muss noch mal wiederkommen. Wie ihr seht, da hinten ist alles schon schön fein säuberlich gestapelt. Wir haben schon einmal durchgefegt hier. Wir haben jetzt hier die Lampen abgebaut, die Cerranfell, die Glasplatten die müssen noch verpacken. Hier haben wir mal 1-2 Stunden Arbeit, werde ich noch haben hier. Da steht auch schon alles fein säuberlich gestapelt. Das sind schon ein paar Kisten. ABR ist auch schon soweit alles. Dann läuft es noch. Die Waschmaschine ist es fertig gelaufen. Muss auch noch ein bisschen was geben. Wirklich nicht mehr viel. Minimal das meiste haben wir schon weg oder entsorgt. Hier ist auch nicht mehr viel. Klobürste kommt noch weg, aber nicht heute. Ich brauchte da sammelt sich so viel. Ich dachte, ich hätte nicht gefühlt so viel scheiß an. Hier ist das Schlafzimmer, alles schon fein säuberlich beschrieben und klein gemacht. Ja, Dachboden war ja schon leer zum Glück. Ja, jetzt muss ich zum Laden, da wird noch was abgeholt, haben wir noch ein paar Schränke verkauft, da kommt jetzt noch ein Mensch. So, jetzt haben wir im Laden hier auch soweit alles fast fertig, sind quasi flott knapp einen Tag gebraucht, haben wir alles hier eingepackt, die Kisten stehen, alles, das war der letzte Rest halt, ist ein paar Werte, ist oft gestrichen, Regale, alle leer, nichts mehr da, genug Reste, meine fleißige Busfrau, die ist da am Rödeln, die fährt da ihre Kreise, die Mobstation, Frühstück ist auch schon leer, der wird morgen abgetaut, war das gepackt halt, naja, jetzt auch schon alles ab, habe ich euch schon mal gezeigt, da stehen auch noch zwei, drei Kisten, dass er auch schon leer geplündert, jetzt auch nichts mehr, da, 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 Licht aus, jetzt ist wieder, oder muss er doch ach, mal kontrollieren, ach, Staubi, Uschi, geh mal zurück, hier, der geht mal auf die Zwiebel, er soll ein Magnetband da stehen, der Amn sollte trotzdem immer wieder drüber, nur zurück geht er nicht, bin ich wütend, gewonk, geh weg, hinfort, you shall not pass, so, ja, wie gesagt, hier ist der Rest gepackt, da hinten die Kisten, nehmen wir mit, zu viel ist das gar nicht, hinten stehen auch noch drei Umzugskisten und das war's dann, ja, was geht los, tschüss, so, jetzt hat es wirklich nur knapp drei Tage gebraucht, um alles hier zipp und zapp ordentlich zu verzorgen und einzupacken und jetzt kommt der Lkw und nimmt alles mit, holt das ab, jetzt nicht heute, zum Morgen kommt er, ich führe euch einmal rum, um zu zeigen, was wir aus dem Chaos hier doch einigermaßen extrem gut geordnetes Pakete gemacht haben und das zeige ich euch hier mal, dafür mache ich aber jetzt einmal die Kamera aus und drehe die Kamera, weil das ist einfacher für mich jetzt zu laufen, dann seht ihr mich nicht die ganze Zeit und erschreckt euch immer. So, da ist jetzt hier das Wohnzimmer, da haben wir schon den Fernseher schön eingepackt, hier ist das Seranfeld, alle möglichen Glashacken, haben wir auch in allen üblichen Sprachen, die wir brauchen, halt Englisch, Deutsch und Ungarisch geschrieben, damit die netten Herren wissen, was glas ist und was nicht, das sind unsere Lampen, die sind aus PVC, die sind nicht zerbrechlich, die Wäscheeimer, ein Regal, die ganzen Kisten insgesamt, sind das fast 60 Kisten geworden, hier ist die Küche dann nochmal, hier Teile von Holz, die wir noch mitnehmen, vom alten Hühnerstall, dazu schade alles wegzuschmeißen, das ist unsere alte Spülunterkonstruktion, das sind die lieblichen Blumen, die werde ich dann nochmal gießen, damit die Reise auch gut überstehen, hier stehen auch nochmal drei Kisten, da läuft dann letztes Mal die Waschmaschine, die hole ich dann heute Abend noch ab, das ist auch alles allerliebst, ja alles weg von der Wände, die Schränke sind leer, beide Zimmer war jetzt nicht so viel, die machen wir dann hier, die waren schon drin, die Schreibtische, da ist Kallisbett schon aufgebaut, die Pikachu kommt auch mit, der hat auch schon, die Flugsicherung hat er schon angelegt, hat sich schon angeschnallt, der sieht zwar nichts, aber er schläft, den packe ich dann auch heute Abend noch ein, weil ich jetzt nicht genug Decken mit hatte, die Bilder, der Sitzsack, Regal, Gitarre, Couch kommt alles mit, die Schreibtische, die Schreibtische, die Schreibtische, runtergebracht, die Kartons sind schon größtenteils alle runter, das hat hier alles so super geklappt, die waren alle pünktlich, bis auf der LKW, der hat im Stau stehen, weil ein Unfall war auf der Straße hier vorne, aber das hat sich auch überall, und ja, sind fleischig am Schrauben, am Machen, ja, es läuft, das ist super, das ist super, das ist super, das ist super, jetzt wird schon ein bisschen leerer alles geworden, Corang ist sehr gut voran, ich denke, ich weiß, es war fast alles gut, die schwersten Sachen am größten, die Küche ist schon komplett weg, hier steht der Rest noch von den beiden Sofas, der Testkasten, so, Akku ist wieder geladen, das hier, ist fast alles raus, und tada, die stapeln, das ist echt super, gerade mal, wenn überhaupt, halb voll, der Typ mit dem Laster verspätet sich auch, deswegen können die noch viel runterhieven, jetzt, ich gebe uns noch eine Karten, da wollte eigentlich nur 12,4 sein, es ist gleich halb schon, ja, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus, also das Titsch, wahnsinnig gut, fast so, jetzt, der Arme, ist das, so ist das, und die alten Steckdosen-Teile wieder eingebaut, alles ordentlich belassen, das war schon so, auch die alten Steckdosen eingelassen, Fußleisten sind neu, hier haben wir auch gelassen, hier haben wir auch gelassen, hier bleibt auch keine Lampe drin, hier bleibt auch keine Lampe, ja, mögliche Gebrauchsspuren halt, das Besenrand wird der Raum übergeben, jetzt gehen wir noch mal rüber ins Landartzimmer, das ist ein Schlagzimmer, da war ein Telefon-Dings, das bleibt natürlich auch dran, haben wir auch die Steckdosen zurückgebaut, hier haben wir auch keine Steckdosen dran, der Schalter ist neu, der bleibt auch neu, Fußboden und Fußleisten ebenfalls, den nehmen wir mit, das ist unwahrscheinlich, aber auch keine Lampe drin, deswegen bleibt hier noch keine, die Lampe drin, also ein Steckdosen, da war alles drin, und ordentlich, so ist vorher auch ein Fahrer, aber gut, die Haltung ist halt sauber, also die Kuchenreste rausgeputzt und alles, aber egal, hier, das war das Schlafzimmer, der Spiegel ist auf, ganz, und das Dachdämen, auch schon gefegt, das wird auch so geschraubt übergeben, wie wir es genommen haben, den Wasserdruck würden wir gerne, das mitnehmen, aber der ist eh schon nicht vorhanden, deswegen bleibt das so, der Spiegelschrank ist in Ordnung, die beiden Kante werden auch hier, das Produkt hier wird auch hier gelassen, hier ist alles leer, alles leere und alles heile, alles schön, und dieses Wort, der Schrank ist ja auch schon drin, der wird auch leer übergeben, alles leere, und das ist alles heile, die alten Haken waren schon drin, die Lampe war schon drin, die bleibt, die Haken waren auch, alles heile, und die Haken waren besser als vorher, als wir eingezogen sind, wir haben ja die Fung alle neu gemacht, die haben ja auch ein bisschen rausgekratzt, überall, oben war keine Leiste dran, da haben wir eine schöne Leiste noch dran gemacht, das ist natürlich auch gerne drin, hier, und gehen wir mal rüber, an die Kinderzimmer, hier sind die ganze mal zugange, hier steckt die Haken teilweise neu, weil wir jetzt alle Teufel kaputt waren, hier habe ich natürlich die neuen gelassen, die Schalte, dann sprang, das war natürlich dann drin, das bleibt ja auch drin, die Klette war nicht drin, die kommt mit, dann nehmen wir hier noch die Lampe, hier sind die Gäste auch, alles noch dran, noch mal rammeln, da decken sich auch natürlich alle rein, die Haken steckt die jetzt auch noch, das ist auch noch neuer, da, noch, hier noch eine Schraube Lampe, das ist eine Blattkreislampe, hier haben wir hier, die Kette war, hier sind die Gäste auch, hier ist die Heizung, hier haben wir auch, haben wir da, und waren alle schon so, Schreckblösen sind neu teilweise alt, der Foten habe ich halt, entsorgt dann auch, deswegen war mir eine neue, Wir haben hier noch geklebt, den Einwandschwein zuständig abzugeben. Wir haben nur den Puffer hier neu gemacht, also da ist gar keiner drin. Wo haben wir denn? Diese Lasten, das haben wir alles reingemacht. Damit wären wir hier auf der Etage. Der Spiegel ist auch heilig. Gut, auch den Dachboden, damit wir auch zeigen können, dass da nichts spart. Da hinten ist nichts mehr, alles überlassen. Auch in die Richtung alles so, wie es beim Einzug war. Dann gehe ich jetzt mal runter bis spät. Das sind die Holztreppe, da haben wir neue Dinger draufgeklebt. Das war toll auch so. Ich komme auch auf der Seite. So, alles in Ordnung ist neu. Da ist alles neu. Oder die Fußleiste ist neu. Da haben wir auch ein Teppich drangeklebt. Da oben ist leer, da ist nichts mehr drin. Da haben wir nur die Haken abgemacht, direkt teuer waren. Toilette auch alles in Ordnung. Das Licht war hier drin, die bleibt drin. Das habe ich am Ende mit. Das habe ich noch nicht drin. Den brauchen wir nicht. Klopapier wird geschenkt. Da haben wir es doch glaube ich, ne? Ja. So, fängst du auch dazu. Ja? Den nehmen wir mit. Müsst du mit Rüben auch noch saugen? Müsst du alle zu. Boden ist sauber gefegt. Groben Flecken sind alle weg. So, hier ist auch alles. Die Sicherung ist an, alles natürlich. Heizung läuft. Das sind Dokumente, die hingen da schon. Keine Ahnung, was da für ein Schrott ist. Gelagig gemacht von allen. Hier ist auch nichts mehr drin. Ich habe gerade Cola geholt. Jetzt kommt gleich die Pizza. Jetzt kommt gleich der Lkw. Dann wird erst mal gegessen in Ruhe. Ich werde euch gleich rumführen. Jetzt will ich auch erst mal 5 Minuten sitzen. Die ganzen Kisten, aber viele isst nicht mehr. Das kriegen wir alles mit. Wir sind echt mega froh, dass die das so super gepackt haben und alles so gut abgelaufen ist. Ich bin echt fertig wie ein Pudding. Bis später. So, jetzt haben wir Endspurt im Laden. Wie es aussieht, kriegen wir alles mit. Haben wir uns gestärkt mit Pizza. Wir machen echt einen super Job, die Jungs. Klasse. Wie es aussieht, kriegen wir alles mit in einem Lkw. Richtig, richtig cool. Wie ich den ganzen Tag noch umgestanden. Aber das Wind. Der Rest ist noch. Alles raus. Ja, das gönnen wir. Gönniamin. Hinten ist auch nicht mehr viel. Die beiden Sachen. Staubsauger kommt auch mit. Die Box. Das sieht alles gut aus. Hier ist auch schon mehr. Man sieht Palim. Und hier ist man auch die erste Chose vom Festival. So, haben wir gleich 10 Stunden rum. Ja, doch, knapp 10 Stunden. Tada. Alles reingekriegt. Das ist alles weg. Der Rest wird noch entsorgt. Da hinten ist das Händler Kappa mit. So, altes Büro. Ein letztes Mal. Viele Jahre hier gelebt, geliebt. Jetzt geht es richtig los draußen. Zum Glück haben die wichtigen Sachen schon alle weggehoben. Ist auch nichts mehr. Alles leer. Alles leer. Alles leer. Alles leer. Ich brauche nichts mehr. Ich brauche nichts mehr. Eti, warte. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Es ist dunkel. Der Smurphy geht jetzt ins Auto. In die Hundekiste. Man sieht gar nichts. Ja. Hier ist alles. Smurphy, du darfst hier rein. Hier ist eine riesen Pizza. Die Umzugshelfer haben Pizza bekommen. Smurphy, hopp. Geh mal rein. Du hast es jetzt schon. Komm. Hopp. Hast du? Ja, hier ist es. So. Soll ich nur mal reinstecken? Ja, ne? Steck mal den Schlüssel rein. Also. Kannst du auch schon mal anmachen? Ne, nicht an. Aber ich weiß nicht alle Licht hier. Ja, kannst du ja anmachen. Trotzdem Licht oben. Einfach drücken meine. Ich habe ja hier auch Licht angemacht. Genau. Ja, also die Stimmung ist total aufgeregt. Es ist unser ganzes Leben in diesem Lkw und in den Vans und so verteilt. Das ist so heftig, dass der Laden komplett leer ist. Das Haus komplett leer ist. Das Haus finde ich gar nicht so schlimm, dass es leer ist. Weil da haben wir jetzt nur etwas über ein Jahr gewohnt. Das ist egal. Da sind wir froh, dass wir raus sind. Aber der Laden, das war schon so. Da hatte ich Pipi in den Augen. Das hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Und da haben wir so viele schöne Stunden gehabt. Aber ja, wir wissen, wofür wir das machen. Morgen geht es los und dann sind wir endlich frei. Alles erledigt. Hallo. Vorsicht, Livia. Ja, die Stimmung ist eigentlich, ja, jetzt ist es so, also Abschied mag ja niemand gerne. So Abschied jetzt von Bernds Eltern, das ist natürlich schon, das nimmt mich mit und das macht mich auch traurig. Aber andererseits ist es natürlich die Vorfreude und man sieht sich ja auch immer wieder. Wir kommen ja auch nach Deutschland wieder, um die zu besuchen und die kommen uns besuchen. Ne, du Maus? Und jetzt gibt es erstmal lecker Essen. Wir haben auch alles mitgenommen im Wohnwagen. Wir hatten Magen-Darm, also zumindest die Kinder und ich. Im Wohnwagen ist das eine ganz besondere Erfahrung. Wir hatten, Batterie war kaputt, wir haben eine Batterie im Wohnwagen, die war tiefenentladen. Somit, wenn wir nicht am Strom angeschlossen waren, konnten wir kein Wasser ziehen und sowas alles. Da haben wir eine neue Batterie dann reingemacht. Und heute kam Pipi aus, also lief im Wohnwagen rum, die Toilette undicht. Das haben wir jetzt noch nicht fertig, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Da müssen wir dann, weiß ich nicht, gucken wir in Ungarn. Also wir haben viel erlebt im Wohnwagen. Also in der Zeit nur, ne? Wir werden noch mehr erleben. Ja, wir haben jetzt schon, also obwohl wir nur so kurz da drin waren, schon sehr viel... Vorsicht, sie hat sich festgehalten am Sitz. Oh, oh, das wusste ich nicht. Ja, aber ja, wir freuen uns jetzt, ganz Eltern zu sehen. Die haben uns unheimlich viel geholfen, unglaublich viel. Immer, immer haben die uns viel geholfen, aber jetzt haben die uns noch mehr geholfen. Also, ja, das sind so Arbeitstiere. Immer so, komm, wir machen diesmal, wir machen das noch und hier noch und da noch. Und unermüdlich immer weitermachen, ne? Ja, Oma und Opa. Und dann geht es auch bald endlich wieder los mit den Daily Vlogs. Das habe ich nämlich schon so langsam vermisst. Also die erste Zeit war das so eigentlich mal ganz schön, ohne Kamera, ehrlich gesagt. Und ohne Videoschneiden abends im Bett beim Stillen, bis Livia eingeschlafen ist. Aber jetzt will ich euch unbedingt alles zeigen. Es fängt jetzt an, also es muss wieder losgehen mit den Daily Vlogs in ein paar Tagen. Hallo. So, jetzt. Also, Papa kuppelt gerade an. Der ist jetzt schon der richtige Experte geworden, du Wings, ne? Am Anfang war das so voll schwierig mit dem Ankuppeln, aber mittlerweile hat er das echt raus. Der fährt da so runter mit der Anhängerkupplung und dann zack, zack ist das Ding dran. Wir stehen hier so auf matschigem Untergrund. Ich hoffe, dass wir den jetzt so hier rausgezogen bekommen, den Wohnwagen. Ja, es ist wie es ist. Wir stecken fest. Scheiße. Richtig, also, der Wagen, also unser Kombi hat so richtig so, ging gar nichts mehr. Dann, jetzt hat Bernd Bretter drunter gelegt unter die Reifen. Wir hoffen, dass es jetzt geht. Calvino ist draußen und gibt Anweisungen. Der hat uns jetzt gerettet. Der hat nämlich gesagt, Achtung, Achtung, die Handbremse vom Wohnwagen ist noch oben. Also nicht, dass die jetzt oben war die ganze Zeit und es deswegen nicht ging. Da müssen wir jetzt den Papa mal fragen, ne? Es dauert auf jeden Fall alles sehr viel länger. Und? War die die ganze Zeit oben? Nein. Okay. Ist die Handbremse vom Auto? Ich würde so gerne helfen, aber ich weiß nicht wie. Helivia, was machen wir? So. So. Hoppala. Na, jetzt muss stelle ich euch hin. So. Geht so? Nein, so ist doch doof. Das ist das Schöne an der anderen Kamera. Da hat man viel weiteres Sichtfeld. Weil die so einen Weitwinkel hat. So. So. Ich schmier grad Brote für die Fahrt morgen. Später haben wir eigentlich halb zwölf ist es. Das Festgefahrensein endete im ADAC Rufen und Abschleppwagen. Aber es hat geklappt alles. Aber wir haben zwar unseren ADAC gekündigt, weil man dafür einen Wohnsitz in Deutschland braucht. Wir sind aber noch Mitglied, weil die Kündigung erst im Mai raus ist. Bis Mai ist bezahlt. Genau. Bis Mai ist bezahlt. So ist es. Aber wenn man festgefahren ist, muss man sowieso, ist nicht mit abgedeckt. Wir sind auf eigenem Grundstück. Wenn wir uns irgendwo auf öffentliche Straße festgefahren hätten. Achso. Ja. Wir standen halt auf einem Privatgrundstück. Aber egal. Es hat alles geklappt. Ähm. Außer wir waren nicht mehr griechisch essen. Das hat nicht mehr geklappt. Es gab jetzt Reste Pizzabrötchen von den Umzugshelfern. Die haben ja Pizza bekommen. Kind hingelegt. Alle liegen. Ich mache zwacker die Brote für morgen. Und jetzt bin ich so aufgeregt, dass ich nicht schlafen kann, glaube ich. Bernd war so aufgeregt auf heute, ob alles in LKW passt. Und jetzt bist du aber ruhiger, oder? Ja, platt, ne? Ja, platt, aber nicht mehr aufgeregt. Gestern warst du ja auch schon so aufgeregt, ne? Das Schlimmste ist die Scheiße. Ja. Naja, die Fahrt wird auch nochmal. Ach ja. Hüftig, ne? Da habe ich auch geweint. Als du halt mir den leeren Laden gezeigt hast. Aber wir wissen ja, wofür wir es machen, ne? Guten Morgen! Wir sind auf der Reise. Wir haben es geschafft nach unserem Unfall gestern. Was heißt Unfall? War ja kein Unfall, ne? Mit dem Abschleppen. Wir sind sicher rausgekommen. Wir haben unfassbar gut geschlafen. Sind allerdings erst sehr spät losgekommen. Um 10 Uhr oder so sind wir erst losgefahren. Sind schon eine Weile jetzt auf der Autobahn. Die Polizei war gerade hinter uns. Und dann wird man immer nervös. Auch wenn man nichts falsch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich kriege dann immer so, oh mein Gott, jetzt halten die uns gleich an. Aber es war alles gut. Die haben uns gar nicht angehalten. Und was wollte ich euch sagen? Wir fahren jetzt laut Navi 5,5 Stunden. Wir brauchen aber ein bisschen länger, weil wir ja nur 100 fahren dürfen. Weil wir ja den Wohnwagen hinten dran haben. Und in Deutschland dürfen wir noch 100 fahren. Aber dann in Österreich und so nur noch 80. Aber da fahren wir morgen erst durch. Heute bleiben wir noch in Deutschland. Und das Wetter, gerade hat es geschneit. Und wir hoffen, dass es gut bleibt. Ich finde es toll. Hallo! Wir sind? Wo sind wir? In der Tiefgarage. Tiefgarage. Wir haben so einen Stellplatz hier gefunden. Es kostet 15 Euro die Nacht. Wir haben Strom. Strom kostet einen Euro. Muss ich mal eben jetzt gucken, was da drauf steht. Komm mal her, Smurvy. Wir haben für 1 Euro 2,5 Kilowatt bekommen. Wie kann ich denn jetzt hier... Steckdose auswählen. Die Steckdose ist ja schon drin. Wir haben wieder Kalle das Kabel. Hier. 1,88. Der hat schon gezogen. Noch 1,88. Wir haben halt direkt alles angeschlossen. Weil wir letzte Nacht keinen Strom hatten. Bitte? Ja, ich schätze, dass wir für die Nacht nochmal nachschmeißen müssen. Ja gut. Wir hatten gerade abwechslungsreiche Ernährung von Burger King. Und jetzt gehen wir schlafen. Bis morgen. Es geht weiter und schaut euch mal das Wetter an. Und wir müssen gleich durch Österreich fahren. Hoffentlich bleiben wir nicht wieder stecken. Also es ist wieder wunderbar warm hier für uns gewesen. In unserem Wohnwagen. Die Heizung ist perfekt. Wirklich. So. Richtig super. Und dann sind morgens manchmal so ein bisschen die Scheiben beschlagen. Mal mehr, mal weniger. Das mache ich jetzt mal hier weg. So ihr Lieben, es ist Zeit mein Auswandertagebuch zu beenden. Wir sind nämlich in Ungarn angekommen. Wir sind noch nicht am Ziel. Das macht aber auch nichts. Es geht jetzt hier bald wieder los mit den Daily Vlogs. Also wenn ihr nichts verpassen möchtet hier aus unserem neuen Leben, dann schaltet gerne ein. Boah, jetzt blendet die Sonne. Es ist richtig geiles Wetter hier. Arschkalt. Aber richtig schön und Schnee ist angesagt. Dann können wir endlich rodeln mit den Kindern. Du winkst schon, ne? Sag mal winke, winke. Tschüss. Danke fürs Zuschauen.